Johannes van Eschen, auch Jan van Esch, war gemeinsam mit Hendrik V. O.S. der erste Märtyrer der Reformation. Leben, van Eschen gehörte dem Augustiner-Orden in Antwerpen an. Nachdem der dortige Probst Heinrich von Zütfen am 29. September 1522 wegen reformatorischer Predigt verhaftet und das Kloster niedergerissen worden war, wurden mehrere Augustiner inhaftiert. Johann van Eschen blieb bei seiner Überzeugung und wurde zum Feuertod auf dem Scheiterhaufen verurteilt. Das Urteil wurde am 1. Juli 1523 in Brüssel vollstreckt. Als Martin Luther davon erfuhr, dichtete er ein neues Lied wir heben an. Ein neues Lied wir heben an, das Walt Gott unser Herr rief zu singen, was Gott hat getan zu seinem Lob und Ehre. Zu Brüssel in dem Niederland. Wohl durch zween junge Knaben hat er sein Wunder gemacht bekannt, die er mit seinen Gaben so reichlich hat geziert. Gedenktag, 1. Juli im evangelischen Namenkalender